Ja, Heinz, das stimmt. Die Jahre vergehen. Ich sitze hier und warte meine Zeit ab und harre der Dinge, die da kommen. Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Ich sehe auch nicht gesund aus, Heinz. Ich sehe wohleugig aus. Ich habe diese merkwürdigen Augen mit diesen schwarzen Knöpfen, dieses Hohle. Heinz, ich sehe nicht gesund aus. Ich weiß das. Das geht mir auch mental nicht so gut im Moment damit. Naja, Heinz. Ich sehe nicht gut aus. Ich sehe so ein bisschen noch glubscher aus als sonst. Tja, ging es doch schon mal besser. Ich gebe dir eins ehrlich sagen, Heinz. Ja.